Wir sind heute zu Besuch in der Landespolizeidirektion in Bregenz. Bei mir, Andreas Marek von der Landespolizeidirektion. Vielen Dank für die Zeit. Gerne. Und zwar sind wir heute hier, weil wir uns ein neues Ausrüstungsteil ansehen wollen, das seit ganz kurzem erst jetzt tatsächlich hier in Vorarlberg auch bei der Polizei im Einsatz ist, die sogenannte Bodycam. Ja, richtig. Die Bodycam-Kamera, die ist jetzt seit Mai, Anfang Mai, ausgeliefert vom BMI worden an die jeweiligen Landespolizeidirektionen. Jetzt findet die Einschulung auf den Dienststellen statt. Es wurden zehn Kameras nach Vorarlberg angeliefert. Diese zehn Kameras wurden jetzt auf die Bezirkspolizeidienststellen verteilt. Das heißt, es befinden sich zwei bei der BI in Bregenz, eine Kamera bei der BI in Dornbirn, eine weitere in Lustenau, in Feldkirch, weitere zwei und zwei Kameras im Lund. Jetzt hat es ja lange gedauert, bis diese Kameras tatsächlich in Einsatz gekommen sind. Sind die Polizisten in Vorarlberg jetzt froh, dass sie diese Kameras haben? Und wenn ja, was sind denn auch die Vorteile? Oder warum hat man nicht auf die gewartet? Es ist mittlerweile so, dass es doch internationaler Standard ist, dass die Polizei diese Bodevon-Kameras verwendet. Seit Mitte Mai sind sie jetzt wirklich im Einsatz im Außendienst. Es gibt im Moment relativ wenig Rückmeldungen noch von den Beamten. Aber die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, sind so, dass sie durchwegs deeskalierend wirken, dass sie von den Beamten wohlwollend angenommen werden und auch eingesetzt werden. Was bringt die zur Bodevon-Kamera? Sie haben es gesagt, das wirkt deeskalierend. Was hat die noch für Vorteile oder warum macht man das überhaupt? Vorgesehen sind diese Kameras für den Schutz des Beamten und natürlich auch für den Schutz der Partei, wenn die Polizei Befehls- und Zwangsgewalt ausübt. Das fängt dann bei häuslicher Gewalt, geht weiter über den Straßenverkehr zum Beispiel, Alkotest, weiter über Festnahmen, verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Hausdurchsuchungen, einfach zur besseren Dokumentation und zur einwandfreien Wiedergabe dieser Amtshandlung. Wie läuft das jetzt in der Praxis ab? Das heißt, der Beamte trägt diese Kamera am Körper, die nimmt aber nicht permanent auf. Was passiert dann da, wenn der Beamte sich entscheidet, jetzt eine Aufnahme zu starten? Grundsätzlich, der Beamte nimmt, wenn er seinen Sektorendienst zum Beispiel antritt, nimmt er diese Kamera aus einer Ladestation, muss sich zuvor an dieser Ladestation anmelden, dass diese Kamera auf ihn zugewiesen ist und wann der Beamte sich entscheidet, eine Aufnahme zu starten, kündigt er dies der Partei an, das jetzt aufgenommen wird von dieser Kamera und hat hier auf der rechten Seite einen roten Knopf und aktiviert die Kamera. Wenn die Kamera aktiviert wird, gibt es ein kurzes Signal, das jetzt aufgenommen wird. Jetzt ist die Aufnahme gestartet und der Beamte entscheidet auch, wenn er diese Aufnahme wieder abbricht. Bricht er diese Aufnahme ab, meldet sich die Kamera noch einmal zurück, also sie ist akustisch wahrnehmbar und die Aufnahme wird jetzt auf der Kamera vorherst gespeichert und beim Einrücken auf die Dienststelle in die Ladestation zurückgegeben. Von dort aus wird das Video heruntergeladen und wird verschlüsselt auf einen Server gespielt, was bezogen auf den Beamten abgespeichert wird. Der Beamte kann das Video zwar ansehen auf der Dienststelle, aber nur der Vorgesetzte oder in Zusammenarbeit mit dem Vorgesetzten kann dieser Film als Beweismittel aktiviert werden. Ansonsten wird jede Aufnahme spätestens nach sechs Monaten gelöscht, sofern sie nicht in einem verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Verfahren verwendet wird. Sie haben gesagt, er kann sich nur auf dem Posten selbst ansehen. Das heißt aber bearbeiten, verändern, manipulieren, das ist dadurch unmöglich? Das ist nicht möglich. Es sind drei Stufen vergeben. Eine Stufe ist der User, also der Beamte, der diese Kamera trägt und diese Aufnahmen aktivieren und deaktivieren kann. Ein Power-User, das ist zum Beispiel der vorgesetzte Postenkommandant-Stellvertreter, der diese Aufnahmen mit sichtet und gegebenenfalls aktivieren kann als Beweismittel. Somit unterliegen sie keiner Löschung nach sechs Monaten. und kann dann veranlassen, dass diese Beweismittel gespeichert werden auf einem Datenträger und der BH bzw. der Staatsanwaltschaft im Gericht übermittelt wird. Auf der Kamera können diese Videos nicht angesehen werden. Sie müssen zuerst in diese Ladestation, das Video muss runtergeladen werden und erst über den Server kann das wieder gesichtet werden. Also es kann keine Veränderung an dem Video vorgenommen werden. Sie haben es vorhin gesagt, bei Befehls- und Zwangsgewalt wird diese Kamera hauptsächlich aktiviert. Jetzt haben wir zwar eine relativ kurze Zeit erst, wo die im Einsatz war, aber was sind denn so klassische Einsatzfälle, vielleicht nur aus der Praxis, dass man sagen kann, okay, da macht das wirklich Sinn und da wird das jetzt auch schon verwendet? Eher am Abend, wenn diese Kontrollen im Straßenverkehr, Alkohol, Drogen stattfinden, wenn die Kollegen zu Streitereien, Ordnungsstörungen, Körperverletzungen gerufen werden, diese Körperverletzungen noch hingegangen sind unter Umständen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Bregenz, Molo, wo sich doch relativ viele Leute aufhalten, ein Alkoholisierter beginnt durchzudrehen, setzt die Ordnungsstörungen, es müssen Zwangsmaßnahmen gesetzt werden und zur Dokumentation einfach dieser Situation kann der Beamte dann die Kamera aktivieren und somit ist die Amtshandlung dokumentiert und auch das Verhalten natürlich vom Gegenüber dokumentiert. Jetzt sind aktuell zehn Kameras im Vorarlberg im Einsatz. Das ist ja schon mal eine ordentliche Zahl und wird vermutlich auch schon gut genutzt. Gibt es da schon Pläne, das auszuweiten? Es ist vom BMI vorgesehen, dass Mitte September eine Evaluierung über diese Einsätze, diese Body-One-Kamera stattfindet und dann wird weiter entschieden, ob weitere Kameras angekauft werden, wobei ich davon ausgehe, dass weitere Kameras zum Einsatz kommen werden.